So, wir kriegen sogar Unterstützung vom Dorf. Ich hoffe, ich habe damit nicht aus Versehen die Jungs vergiftet. Nö. Wir werden kämpfen oder was? Wir werden kämpfen oder was? Du denkst, das ist schlimm? Die anderen Orks sind wieder abgezogen. Das heißt, ich kann hier mal wieder eine Giftwolken beschwören. Wow. Oh, und einer unserer Herführer hat Max Stufe erreicht. So, zwei Monsterhöhlen. Noch eine Wissensschrift. Und auch lieber für dich. So, im tödlichen Nebel stehen, nicht gut. At last. Also ja, was könnten wir hier kaufen? Der Heiltrank ist nicht teuer genug. Das Stahlschwert könnten wir kaufen. Ja, doch, den Heiltrank und das Stahlschwert kaufen. Dann haben die genug Gold, um ihre Stadt abzugraden. zu graden. Bei Arbeit erscheinen sie keine losschicken zu wollen oder zu können. Ihr habt nichts Neues. Ihr habt auch nichts Neues. Ihr habt auch nichts Neues. Spiros hat auch nichts Neues. Der Jahreslager mag uns sowieso nicht. Und ihr habt auch nichts Neues. Okay. Kaufen wir trotzdem das Stahlschwert und den Heiltrank. Wir werden kämpfen oder was? Wir sind froh, dass wir Teil des großen Kahnat sind. Danke, dass wir uns zusammengebracht haben. Ich hab die Schmerzen. Wenn ihr von den Schmerzen möchtet, ist das Wurledchen nicht skirtbar. Das Wurledchen Auch wird es nicht mehr immer überraschend. Ich mach es bei uns mit den Wurleden. Ich bin nicht morgen nicht in den Händen. Das sind die Schmerzen geholfen. Was wir verletzt haben, meine readymacht. Die Schmerzen sind in den Mann Unruhen. Das ist die Schmerzen geholfen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass sich meine Truppen nicht verfangen. Sonst habe ich echt ein Problem. Wir strafen die Imperialen Wachen. Eine Imperiale Wache nähert sich Altrock. Ich werde diesen Menschen zeigen, wer jetzt hier das Sagen hat. Ach, die kommen da lang. Okay. Oh, und ich kriege mal wieder ein Save. What are we going to do? Und ja, die haben hier eigentlich nichts zu befürchten. Deswegen können sie in Ruhe alles abbauen. Oh, hier liegt Holz rum. Ach du meine Güte. What are we going to do? Are we going to fight or what? Kill them all. Kill them all. Tear them to pieces. Here they are. Okay, wir haben einen unserer Jungs verloren. Hmm. Okay. Hmm. Hmm. Oh, den Frieden, den erbärmlichen Menschen. Yay. Jetzt haben wir schon mal den Clan hier. Ja. So, jetzt können wir euch Steine verkaufen. Und Holz. Ah, und das Schwert könnt ihr auch wieder haben. So, wir verkaufen euch mal alles, was wir an Ressourcen haben hier gerade. Was werden wir tun? So. Joho! 50 Steine, ja, wenn wir sie finden, dann bringen wir sie euch. Ja, jetzt müssen wir da rüben hin. Also ich mache die beiden Sachen als nächstes. Hier oben sind wir eigentlich fertig. Also nochmal überall gut umgucken. Den Bereich haben wir dann noch. Hier unten sollten wir fertig sein, aber gucken wir alles nochmal ab dann. Ich hoffe einfach mal, dass ich die Halle der Toten platt machen kann, ohne die Lichs. Da oben. Ihr seid jetzt auch verbündet. Zwiers ist auch immer noch verbündet. Und Lunavil ist auch verbündet. Also ja, wie gesagt, Zwiers dann platt machen, wenn wir es platt machen sollten. Bei den Schamanen. Oh, wir kriegen bald ein Level ab. Das ist auch gut. Und das Schamanen. Wir werden die Trophen verschlecken. Also, sagen Sie, die da in den Bäumen festhängen, die beiden, ist mir das gerade so, ist wohl egal, was die machen. So, Diplomatie. Höhere Belohnung wäre mir wichtig und Krieger, ja. We'll share the trophies. Ja, they are. Kill them all. Now what? Us, come get some more. What are we going to do? Nicht gut. Warum bleibt wir stehen, verdammt nochmal. Me. At last. Ich sollte jetzt auch neue Zauber können, ja. Nebel des Verfalls, tödliche Sporen, sollte ich dann auch demnächst mal lernen. Also lernen wir den erstmal und dann tödliche Sporen. We'll share the trophies. Yo-ho! Yo-ho! Okay, ich kann Heilmittel nicht auf dich anwenden, aber das da. Ach, du hast auch auf die gezaubert. Gut. Now what? At last. Yeah, die Steine. Yo-ho! Gold und den Energierring. Das heißt, wir marschieren jetzt noch nach Zwirns zurück. Lassen hier oben die beiden Sachen noch in Ruhe, für den Fall, dass wir da auch noch was draus brauchen. Ja, und dann wird's demnächst mal wieder Zeit, ein Save zu machen. Holzschütte aufs Wolfskrubel, sollten wir uns merken. Und du hängst mal wieder an einem Baum fest. Danke. Bis losreißen. Mann, Mann, Mann. So, das haben wir abgegeben. Das heißt, wir speichern hier mal wieder. Hoffen, dass auch dieses Mal wieder die Sachen erhalten bleiben. Sieht jedenfalls auch danach aus, wenn ich dem Bild trauen darf. So. Und dann machen wir hier erstmal wieder einen Cut. Bis gleich. Und dann kommen wir auf deinem Jackpot. Bis zum nächsten Mal.